Hallo, euch gleich nicht wundern. Ich habe nämlich schon angefangen zu zeichnen. Ich hatte vergessen, die Starttaste zu drücken. Somit hatte ich schon ein bisschen angefangen, obwohl ihr damit nicht viel verpasst habt. Ich habe ungefähr vier Minuten schon gemacht gehabt. Aber in diesen vier Minuten habe ich gefühlt zehn Millionen Mal das Gesicht nochmal neu gemacht, so wie immer halt, weil ich das wieder irgendwie nicht so hinbekommen habe, wie ich das wollte, weil ich wollte ein Mädchengesicht hinbekommen, das noch nicht so alt ist. So wie ihr seht, habe ich ein Mädchen gemalt, das gerade was aufgehoben hat. Ein Fossil zu meiner Schande. Also heute ist ja der 16.09. und das ist der Tag Sammelsteine-Tag. Und im Grunde genommen sind Fossilien versteinerte Überreste von erhalten gebliebenen Lebewesen, also Tiere und Pflanzen oder Teile von vergangenen Erdzeitaltern. Und dieses Mädchen hat einen riesengroßen Donnerkeil gefunden, weil ich bei dem Motto Sammle Steine-Tag natürlich an dieses Thema denken musste, weil ich selber gerne immer zum Strand gehe und dort Fossilien sammle. Und so ein riesen Donnerkeil, der fehlt mir natürlich auch noch in der Sammlung. Jetzt habe ich noch das Meer dazu gemalt und ihr seht, dass das Mädchen auf ein paar Steinen steht und dieses Gewusel da vorne, das sollen Algen sein. Ich habe das Bild relativ klein gehalten diesmal. Ups, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen. Das hat ein bisschen gewackelt, weil ich dachte, dann kann ich vielleicht ein bisschen länger an diesem Bild zeichnen. Und je größer das Bild ist, desto weniger Zeit habe ich ja pro Fläche sozusagen. Und deshalb wollte ich das Thema ausnutzen, dass ich versuche, möglichst viele Details einzuarbeiten. Da hinten am Horizont fährt noch ein Schiff entlang. Das ist ein Containerschiff. Jetzt mache ich die Steine noch ein bisschen farbig und auch die Algen bekommen ihre typische lila-schwarze Farbe. Das Mädchen, wie ihr erkennen könnt, hat auch noch eine Tasche in der Hand. Genau, und jetzt arbeite ich noch ein paar Details aus. Zu dem Tag sammle deine Steine. Ach Gott, sammle deine Steine, sag ich schon. Sammle Steine Tag. Kennt man schon wieder nicht den Ursprung. Also man weiß gar nicht, woher das überhaupt kommt. Wie so oft bei diesen kuriosen Feiertagen ist der Ursprung völlig unklar. Ja, aber ich finde diesen Tag jetzt gar nicht so schlecht. Und ich finde das Steine sammeln auch schön. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, aber diejenigen, die es gemacht haben, wissen es, wenn man so am Strandlängs geht und nach Steinen schaut oder auch Fressilien, ist das wie eine Meditation, also sehr meditativ, wenn man das Meer im Hintergrund rauscht. Das ist schon schön. So, jetzt habe ich noch da eine Flasche gemalt mit einem Korken drin und da schimmert eine Rolle drin, also soll eine Papierrolle drin sein. Ich habe die Flasche grünlich gemalt, die so ein bisschen in der Strandsand versunken ist und das wird das Mädchen, denke ich mal, dann auch finden, diese Flasche und wer weiß, was in dieser Flasche für eine Nachricht drin ist. Hier oben habe ich noch ein paar Möwen gemalt und jetzt versuche ich noch mal ein bisschen detaillierter das Meer zu zeichnen. Dafür nehme ich das mit einem Knetradiergummi wieder weg und mit einem elektrischen Radierer arbeite ich mehr weiße Flächen ein. Den Strandsand habe ich noch versucht, ein bisschen gelb einzuarbeiten, weil, ja, ein bisschen gelb ist ja schon nicht nur braun. Gut, das war's. Ich mache noch ein paar Details und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal.